Ich lieg ganz still, der Wind mich glätt, ich lieg, ich leuch, der Bart errett, und er erzählt, wie also die Bomben haben ihn zerrissen und gequält, und als Hermatten haben ihn mit Feuer umgeschütt, und als sein Erd vermischt und sich mit Teichen, Teichenblut. Bei mir ein Stück, ich bin allein, und keiner hört mein tiefgewein, nur jetzt, mein Kind ist aufgewacht, will weinen, und Bäume ich lehn sich zieh, die Stillkeit geht im Herzen rieh, der Himmel wie Christules Rehn, ja gläubge Matt die Welt ist schön. Der Bäume fällt treuer, kick zu mir, willst, dass das zählen soll er dir. Die Augen öffnen, du akik, muss es geschehen, drei Uhr zurück, du weißt zu sehen, du gruß ist noch vom Blut mit Tränen. Ich bin gelegen, du riecht, so gräuelt mir, und ich läuft zum Brut. Er will zu sehen, du gräuelt mir, und ich hoffe, dass das zählen solltet. Die Augen öffnen, du gräuelt mir, und ektachromen slides, in and around Raduz, when I lived there in the mid-1970s. When I photographed in Raduz, I was a young man with a black bushy beard and a full head of hair. Now, I am as old or older than the people I photographed back then. They live on in the memories of their children and grandchildren. And for me, in the many photographs I made of them and their community during that short period of time when I had the good fortune to meet them and learn their life stories. Looking through the photographs presented in I Remember Them Now brings back the memory of the people I knew in Raduz when I lived there in the mid-1970s. Fräulein Grimglas, who asked with a twinkle in her eye, Do you know the meaning of life? Bubi Tau, who whenever he saw me called out, Der Schöner Lorenz aus Florenz, and then laughed. Professor Jacob Camille, who always said, Puntli, Puntli, Lorenz, you must always be on time. Rabbi Joseph Tiernauer, whose smile hid the pain and suffering of his deportation to Auschwitz and loss of his first family from Satomare. Mr. Tesler, who said, Man muss glück in der Arbeit haben. One must have luck in his life. One must have luck in his work. One must have luck in his life. One must have luck in his life. Musik 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 Ich bin, meine Freunde, das ist 15 Jahre alt. Und deswegen kommen die Zwiebel und die Zwiebeln. 15 Jahre alt. Wenn ich das, das ist gross, wie Papioz. Aber ich bin nicht mehr so gut, als Papioz. Papioz, ich bin nicht mehr so gut. Hier sind wir hier, aber hier sind wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich hatte nichts mehr. Es waren etwa 800.000 Euro. Es ist ein wenig mitzusetzen, alle Bänke, alles ist besetzt von der Eubender war, aber es war auch voll, sogar als Menschen hatten gedacht, es war noch ein Schild drinnen. Und im Hof, in der Schuhe im Kippe, es war sehr schön, lustig und schön, ich brauche es um zu steuern, sowas und sowas. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach einer Stunde aufgegangen ist, macht man kleine Semmerl und man lässt es im Blech wieder 20 Minuten aufgehen, dann bestreicht man es mit Eigelb und mit Mohn und dann setzt man es. Der schöne Lorenz aus Florenz, ich habe deiner Mutter gesagt, du bist der schöne Lorenz aus Florenz. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018